Jetzt sind wir mega random. Hast du die hier reingepackt? Hast du mir ein paar Bomberstädter gebrauchtet? Okay. Ich hab hier noch ein Stück gefunden. Wo man dann geht auch noch weg. Wir haben zwangte Regeneration gefunden. Weil du hast Angst, dass du alleine bist. Ich mach grad alleine einen Schleim und einen Spinspaw, ne? Woher ich noch eine Spinner? Mal gucken, wo die ich jetzt wieder verkaufen hat. Wo hatte ich eins dieser hässlichen Kücher schon wieder verkauft, ne? Ah, jetzt. Wieder zwei Tees. Das war's. Zwei Schlüssel. Mehr krieg ich nicht. Hier ist Wasser. Das ist ein Prank, würd ich sagen. Was? Nicht nur ein Spargel. Flagen war alles kaputt. Alles einfach Zeug. Da trauen wir einfach alles. Hier ist ne Enderperle drin. Die nehm ich erst mal mit. was ist das kann man das essen ein gemeißeter tuffstein hier ist ein raum da ist ein baum drin ohne ich war haben dass ich brauche aber die pfeile nämlich mit ich habe immer ein stack finder ist das das ist ich habe einen monster-spawner gefunden Da haben wir eine Tür gefunden. Mit einer gefährlichen Wendetreppe. Jetzt stellen wir eine Truhe, da sind noch mehr Tränke drin und Ofenkartikeln und Pfeile. Ich kann aber immer mal den Sparkloch in Sparkloch umbringen, dann kann ich wieder platzen. Okay, das gehört sich nicht gesund an. Ich glaube draußen ist schlechtes Wetter. Ja, draußen ist eindeutig schlechtes Wetter. Ich weiß zwar nicht, warum wir 5.000 Glücke in der Tiefe hören, aber draußen schlichtes Wetter. Es ergibt gar keinen Sinn. Irgendwo im Untergrund hörst du raus und dass es donnert. Es gibt für mich keinen Sinn. Wir sind schon bohnenlos, ja. Wenigstens sind wir da einer Meinung. Warum ist das hier unter Wasser? Gibt's hier irgendwas? Wir sind in der Reihe, die das ist. Wir sind in der Reihe, die das ist. Wir sind in der Reihe, die das ist. das respekt man sie auch schon schön verlaufen drin ich glaube ich glaube ich laufe noch die ganze nur im kreis und du so ja glaube ich auch lass mal in der mitte treffen jetzt auch weiß wo die mitte ist warum ist hier glas es wird nicht Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich weiß nicht, wo der Raum war, glaube ich. Ich weiß nicht, wo der Raum war. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Und dass du den random Baum gefunden hast und dich darüber wundern hast, das zeigt einfach, wie sehr du mir zuhören tust. Na? Wie sehr warst du? Ich dachte, das zeigt einfach, wie sehr du mir zuhören tust. Hast du das vorhin auch schon gesagt? Ich war vorhin schon in dem Raum, also ja. Oh. Ich denke, ich bin so fixiert aufs Game. Krass. Ja. Weg schon. Habe ich vorhin gerade gesagt, weil ich in dem Raum schon war. Deswegen weiß ich auch, wo der Raum ist. Aber ich find da gerade nicht wieder hin. Jetzt wieder hin. Ich bin weiter. Ja. Wie gesagt, ich weiß, wo er ist, aber ich find nicht wieder zurück. Ich müsste den Brunnen wieder finden, dann weiß ich nicht, wo er ist. Aber hier bin ich auch gar nicht wieder. Vor allem, weil ich hier die ganze Zeit durch dieses Wasser schwirme. Weil ich so fasziniert davon bin, von dem Wasser. Dass hier mittendrin ist. ... ... ... ... Vielen Dank. Sag doch ehrlich, ich hab keine Ahnung, welcher rum du bist. Also hier sind auf jeden Fall Bettlänge. Cool, oder? Aber ich weiß auch, wo du bist. Ja, wo denn? Du schwimmst da. Mit einem Fisch im Wasser. Weißer Heik, dem, 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 dem. Als du mir getrunken hast und sie jetzt noch nicht, ne? Nö, dann würde es hier anders aussehen, glaube ich. Guck mal, hier steht ein Baum mitten im Raum. Das ist aber ein komischer Raum, hier steht ja ein Baum. Na? Hast du den auch schon gesehen? Ja. Cool. Ich noch nicht. Siehst du? Ich hab dir aber gesagt, ich weiß, wo der Raum ist. Ne? War nur so ein Nackenklatscher. Irgendwas ist geil passiert. Hab's gehört. So, ich glaube, hier ist nichts mehr los. Ne? Ne. Oh, ich hab drohendes Unheil 2. Ich glaube, das ist nichts Gutes. Oder was möchtest du? Ja, nicht gut. Nicht gut. Okay. Dann empfehle ich mich jetzt von dir. Jetzt habe ich drohende Prüfung. Ich glaube, ich habe den Monsterthorner verzaubert. Das ist schon immer so unheimlich aus. Das ist schon immer so unheimlich aus. Dann können die Spinnweben spinnen. Und warum ist das hier so laut? Jetzt ist mir jetzt davor, warum ist das Ding so laut? Ich habe Weben bekommen. Als Effekt. Bin ich jetzt eine Spinne? Ist der jetzt eigentlich wieder beendet? Okay. Wie findet es eigentlich, dass die wieder aufverstanden sind, die Spinner? Das ist ein Walking Dead, ne? Ich hoffe, ich habe die Slimes an. Ich höre irgendwo noch Spinnen. Wo sind die Spinnen? Ich höre doch noch Slime und Spinnen. Wo sind die? Unten sind es Slimes. Slimes auf jeden Fall. Dann ist er wahrscheinlich wieder runtergefallen. Dann kann er spawnen als Out und ich höre die auch hier rum springen. Das ist auch eine Spinne. Ja, jetzt höre ich noch etwas spimmeln. Hier kommt sie erstmal auf entspannten Tierspielen. Woran? Vielleicht. Gut, gibt's. Ich wusste ja nicht, dass sie es vor lange braucht, die zu finden. Ich habe keinen Bock, die beim Wildscher zu ertraten. Wenn Farben wir die, dachte ich. Ich habe immer Stacks, Slimeboards, ne? Und ich habe Trankstelle Stärke bekommen. Aus dem Ding. Aus dem einen. Warte, ich lute auch nochmal den anderen. Hier auch. Trankstelle Stärke tatsächlich. Und zwei Stakes. Nett, ne? Ja, da kannst du mir das Dior Schwert geben. Und wir laufen zum nächsten Spawner, hätte ich gesagt. Ja, sehr. Weil wenn ich da jetzt hinlaufe, dann verwendet der sich ja auch. Glaube ich. Ich habe das noch 30 Minuten oder so. Genau genommen sollte ich mich Spawnern nicht nähern. Warte. Wie, wie, zick. Jetzt habe ich den Scheiß hier aufgehoben. Ja, und... Ah, das Schwert habe ich gut. Du findest das Dior Schwert? Steilisch schon, ne? Ja, das ist schon geil. Ja, willst du das Textureback auch haben? Oh, oh. Wo sind... Wo sind... Waren jetzt eigentlich noch Spawner? Bei mir so circa. Ich weiß ja nicht mehr wo du bist, ich habe dich grad aus den Augen verloren. Ja. 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 Ah, hier. Nett. Ein Spinnenspawner. Weil ich habe 3 HP. Jetzt mal kurz was, ne? Jetzt mal kurz die gelooteten Obenkartoffeln. Waren brauchen wir nicht theoretisch gesehen sogar 4... davon. Weil ist das nicht wieder so wie mit dem Wade, dass man beide Effekte haben kann? Für den... Dass man beide für das Achievement braucht. Äh, ne? Ich kenne es mir vor schon, aber mit Wade brauchst du auch ähm... Bett Oben. Und hierüber auch zu Village. Du brauchst beide Effekte für das Achievement gleichzeitig. Da ist aber eine Frucht drin. Und man kann ja hier theoretisch auch beide gleichzeitig haben, ne? Du kannst jetzt drohende Prüfung. Und wenn ich jetzt noch eine trinken würde, hätte ich wieder drohendes Unheil. Zwei. Ja. Ja. Und diese Weben-Ding, ich weiß nicht, ob das auch dazu zählt, dass ich hier mal Spinnenweben hinterlasse. Ah, das wird schwierig. Das hast du ja nur ganz kurz. Was? Ich warte... Oh. Ich hab die... Böen... wieder reaktiviert. Na? Nicht gut. Oh. Ja, geil. Ich guck, weil die... Er flut dir so nirgends durch die Gegend, oder? Oh. 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 Du nahm den Böen auf. Weitere raus, ne? Er ist einfach vom Winde verbeht. Oh. Oh. Was ist das? Komm nachher hier! Der ist wirklich vom Winterfotig, ne? So wie der hier durch die Gegend knüpft. Jetzt haben wir aber auch mal einen anderen Effekt. Wir fallen! Wir haben eine goldene Karotte bekommen. Jawohl. Du hast auch nur die normalen Brücken-Schlüssel, ne? Ja. Okay. Wollen nur sicher gehen. Ich denke, dass du schon mal was besseres bekommen hast. Wir kennen mich aber auch nicht. Hier ist ein Leper, immer drin. Hier ist ein Leper, immer drin. Jawohl. Du willst jetzt hier mal eine Scheißtreppe gebaut. Geil. Wir müssen noch zwei Niveau da rauf, aber okay. Äh, zweite Etage ist noch ein Spawner. Geil. Los. Essen technisch habe ich nichts mehr. Ich will eine goldene Karotte haben. Ich habe noch goldene Karotte. Ich habe noch goldene Karotte. Eine goldene Karotte ist aber das beste Essen im Spiel. Goldene Karotte ist eine Reaktion. Ich habe einen Giftsgedeckt gefunden. Sind du so? Ja, die sind auch in der zweiten Etage nicht gedeckt. Okay. Zwei Etage in der Mitte. Ich habe eigentlich auch nur gedacht, dass sie den größten Satz ersetzen, was ich aus dem Spawner bekommen habe. Und ich meine, schön open Karpfel. Ne? Frisch gebacken aus dem Spawner. Aus dem Spawner. Ne? Du, ich glaube, ich habe die gerade mal ein bisschen verzaubert. Ne? Ich nehme die auf einmal so schicke bunte Rüstungen an, ne? Die hätten die Feuer nicht. Ne? Das ist gut. Wo ist das? So ist es. Ist das wirklich? Wir sind die Nebenwärtig. Komm her. wir sind gerade gefallen deswegen können wir wissen was aber das geilste ist ich habe extra mir vorhin das 121 pack runtergeladen aber dieses item hier hat noch kacke tasten textur aber extra das 121 pack runtergeladen dass man extra sogar die premium mitgliedschaft auch weil es nur für premium mitglieder erstmal ist ja habe ich aber schon irgendwann mal gekauft deswegen das war nicht das problem ich bin ein bisschen enttäuscht ist die hier die blöcke schon ja die neun kupfer glaube ich schon aber jetzt zum beispiel der spawner noch nicht die guten noch nicht das gelte glaube ich auch nicht alles noch keine neue textur und so will ich dann halbfertig jetzt 1 21 texte weg raus und dann bisher nur die blöcke guckt die kompatie und so die hat schon 6 vor aber das andere halt nicht die mobs und so und die hat uns die anderen ich das halbfertig raus jeder stand neue entwicklung aber wenn ich euch jetzt die hälfte der texturen fehlt weil wir die garten jetzt schon ein bisschen zeit das zu pixel mussten ja wie die originale aussehen die diese ruine gibt sie nicht erst seit dem gibt es ja erst seit gestern theoretisch gesehen haben die in jahr zeit die vergleich das was bei der minecraft live vorgestellt wurde struktur wie sie auf deutsch schlägt nicht mit denen aber auch komplett bescheuert heute haben noch ein paar gefunden die filmweinsleimstor wieder bei der zwei ich habe Schnelligkeit bekommen Aber was ich mich frage, ich weiß es noch nicht, weil ich noch nicht nachgeguckt habe, aber diese Sachen, diese Effekte, die man bekommt, die man geben und das Fische, äh, das war irgendwie, was war es vorhin mit den Silberfischen, das sind doch Potions, die auch eingeworfen werden, wenn ich das richtig mitbekomme, ne? Kann man das so waffen? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Ja, guck mal, hier ist ja gerade eine Linguin Potion mit Speed, ne? Und genauso ist das ja auch mit den anderen Sachen, die aus den Spawnern kommen. Das sind ja auch Potion-Effekte. Das können wir ja nicht so spielen. Ich höre schon, da ist wieder der Loot am Start, ne? Ne? Vor allem, ich habe da schon Loot, obwohl ich mich hier auch mit den kleinen Schleimen umher schlage. Regeneration. Ja, habe ich auch schon, da habe ich schon vier Stücke mit Metafeln. Ne? Und zwei Stecke Potions. Deswegen, das ist jetzt nicht das Krasse, das habe ich die ganze Zeit. Der funktioniert, der Frisor geht wieder auf. Der bieten wir einen neuen Loot an. Ich habe mir gerade einmal Witz gegeben. Gibt es da wieder zu? Ich habe mir gerade einmal Witz gegeben, der Netto Boy. Aber ich kann ja noch sehr gut öffnen. Weiß ich nicht, bei mir ist ja gerade vorher wieder angesprochen. Der Netto Boy kann das nicht öffnen, aber... Ich habe eigentlich auch schon geöffnet. Vielleicht sieht es auch an meinem Effekt, dass er deswegen nochmal funktioniert. Weil ich bin ja auch der, der die ganze Zeit die Spawner nochmal triggert, ne? Naja, ich dachte... Ich dachte eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, kriegen wir so in Stufe 2 Schlüsse. Aber wir haben immer auch keinen bekommen. Ne? Ja. Aber es gibt ja noch eine Sache, die fehlt. Auf jeden Fall, die brauchen wir noch. Ne? Mein zur Not gucke ich nochmal nach, wie man genau die bekommt. Aber es gibt noch eine Sache, die fehlt. Guck mal. Vor allem drohende Prüfung heißt das einfach. Ich habe auch noch eine im Inventar, so ist es nicht. Ne? Aber es bringt ja nicht viel. Weil die Sache ist... Aber das sind versteckte Drohungen. Ich habe Steck und Haltbarkeit. Ne... Ich habe die auch einfach so am Anfang bekommen, ne? Äh... Die Sache jetzt hat nämlich mit Glück zu tun. Also das... So wie ich rangehe... Das war schon richtig. Wir kriegen immer einfach den... Wir haben einfach Pech und kriegen den falschen Loot. Weil genau so wie ich am Anfang ganz viele Schlüsse bekommen habe und du nicht... haben wir jetzt nämlich Pech, dass wir nicht diesen Schlüssel bekommen. Ne? Diesen ominösen Schlüssel, den wir brauchen. Weil wenn wir den haben, haben wir dann nämlich eine Chance, das zu bekommen, was ich möchte. Ne? Ich baue mich einfach mal hier lang. Mal gucken, ob ich in einem anderen Raum rauskomme. Ne? Weil das ist halt die Sache. Wenn wir diesen... Alter, du musst... Einfach... Die kannst du nicht stacken, ne? Ne. Du musst einfach random irgendwo rauf... Durchbuddeln und dann findest du so viel. Ja, das meinte ich ja gerade. Das habe ich auch gerade überlegt. Das Wasser ist immer so auf den Sack hier, ne? Genau, sobald wir in das Wasser geflogen sind. Sie haben zwei Halböcke halt eins. Ja, guck mal, was ist denn hier? Das ist mein Schlafzimmer. Lass mich da rein, ich will in mein Schlafzimmer. Guck mal. Ich habe mein Schlafzimmer gefunden. Ich kann es mal kennen. In der Schweiz scheinbar. Ich kann mir nichts schlimmer... Ich kann mir nichts schöner zu forschen, als hier pennen zu gehen. Ja, vor allem beim Versuch hier reinzukommen. Erstmal fast ertrunken. Ne? Darauf erstmal... Ich gehe jetzt ja dauernd nicht schlafen, das ist ja wohl nicht. Ne? Gucken wir jetzt aber auch eine Leiter. Mal gucken, wo die hinführt. Wollen wir aber schon. Weil da ist wieder so ein Tresor. Ne? Ne. Ja, da ist wieder das Wasser und dann... Ja. Da ist aber mein Schlafzimmer. Ah, und ich ist wieder da rum. Mhm. Ok. Also haben wir irgendwann den Raum mit dem Schlafzimmer noch nicht gesehen anscheinend. So, hier waren wir auch schon. Der raucht nur, wenn ich dran vorbeigehe. Ich bezweifle, dass du die noch mal aktivieren kannst, wenn du die jetzt trinken würdest. So, müssen wir halt eine zweite suchen. Ne? Hm. Was aber easy sein sollte. Weil normalerweise wirst du vom Villager nicht... Ist du, glaube ich, nicht die gleiche. Wenn wir jetzt hier waren, müsste wir uns beim nächsten Mal, glaube ich, eine andere verkaufen. Glaub ich. Kannst nicht zu 100% sagen, ich glaube. Guck mal, hier kann ich noch nutzen. Guck mal. Guck mal. Ich habe mir einen Windstoßer-Banner gegeben, den wir euch haben. Den gönne ich mir. Ne? Eine Windstoßer-Banner-Vorlage. Hier ist safe Saiten, die gönne ich mir jetzt. Den häng ich mir an meiner Haustür. Mädchen. Du freust dich da drüber. Und ich habe hier auch. Die ist aber trotzdem Saiten.